Was eine turbulente Woche in der Kryptowelt. Der Bitcoin fällt auf 29.000 Dollar. Warum? Woran liegt das? Wir brechen aus der 30-Tage-Range, die wir so halten konnten, nach unten hin aus. Die SEC vs. Ripple geht in die nächste Runde. Die Wertpapierklage, der Kampf ist nicht vorbei. Die SEC deutet nämlich darauf hin, Einspruch einzulegen. Außerdem, Twitter wird zu X. Elon Musk ändert das gesamte Branding der Webseite einfach mal so auf einen Sonntag und scheint heimlich an einem X-Coin zu arbeiten, denn er hat in mehreren US-Bundesstaaten eine Kryptozahlungsdienstleistungslizenz beantragt. Ihr merkt schon, viele gemischte News dieses Mal. Die Frage ist, war es das jetzt mit dem Bitcoin und war es das mit unserer Rally? Geht es jetzt weiter runter oder ist es einfach nur ein Boxenstopp? Wir schauen uns gemeinsam, wie immer, die News an, die Makrodaten an und danach die Charts. All das in der heutigen Folge Krypto-News, wie immer, nüchtern, rational und objektiv. Falls du noch auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, dann verpasst du hier nichts. Wir schauen uns, wie immer, Makrodaten, Krypto, Finanzen, alles in einem Video an. Ich würde sagen, let's do this! Ja, Freunde, ihr merkt schon, ich bin immer noch unterwegs. Das heißt, ich habe immer noch mein mobiles Setup als kleines Vorwort hier für jeden, der neu auf dem Kanal ist. Normalerweise befinde ich mich in meinem Office mit besserer Qualität, Videoqualität, Soundqualität. Deshalb verzeiht mir das aber. Die Informationen sind relevant und davon habe ich eine Menge heute für euch mit sehr, sehr viel Mehrwert. Erstmal würde ich sagen, lass uns einen kleinen Recap machen. Ich habe hier auf Twitter so eine Zusammenfassung der letzten Woche gepostet. Wir werden im Detail über die einzelnen Themen danach sprechen, die am wichtigsten sind, chronologisch, so wie ich das am sinnvollsten halte. Und am Ende, wie immer, schauen wir uns die Makrodaten an, die Ereignisse, die uns bevorstehen. Wir haben das FOMC-Meeting diese Woche am 26. Das ist Mittwoch. Das werde ich auf diesem Kanal hier auf YouTube-Livestream um 19.30 Uhr schaltet da unbedingt ein. Und dann am Ende komme ich zu den Charts, wie ich persönlich mich aktuell verhalte, wie ich trade. Ich werde ein bisschen was über Altcoins verraten und erzählen in diesem Video. Also wirklich für jeden was mit dabei unbedingt bis zum Ende schauen. 100% kostenfrei. Deswegen ein Like, würde mich freuen. Fangen wir an. Zusammenfassung der letzten Woche. Das Erste, was passiert ist, ist, dass der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. angekündigt hat, den US-Dollar mit Bitcoin zu hinterlegen, falls er 2024 gewählt wird. Schauen wir uns auch nochmal später im Detail an. Der hat da ein paar sehr interessante Aussagen gemacht. Großes Statement an dieser Stelle. Dann als nächstes, US-Abgeordneter Richie Torres fordert SEC-Vorsitzenden Gary Gensler auf, die Kryptoregulierungen zu lockern, da Kryptowährungen keine Wertpapiere seien. Und dieser Kampf von Wertpapieren, keine Wertpapiere, was ist mit den Kryptoregulierungen, der ging weiter in der letzten Woche. Denn Gensler war enttäuscht, dass das Gericht entschieden hat, darüber haben wir im letzten Video gesprochen, dass XRP kein Wertpapier sei und hat den Widerspruch angedeutet. Da sprechen wir im Detail gleich auch noch drüber. Als nächstes hat Tesla im zweiten Quartal wieder mal keine ihrer 333 Millionen Dollar in Bitcoin verkauft. Und es gibt noch ein paar andere interessante Tesla-News, sowieso auch interessant in Sachen Elon Musk. Dann hat die Fed ihren Echtzeit-Zahlungs-Service, ihr Zahlungssystem FedNow gestartet. Was viele mit einem CBDC verwechseln, ist es aber noch nicht. Als nächstes hat die SEC die Bitcoin-Spot-ETF-Anträge von BlackRock, Fidelity und so weiter jetzt ins Bundesregister aufgenommen. Was bedeutet, dass sie formell daran arbeiten und wir eine Antwort von ihnen bekommen werden? Ob es eine Zusage oder Absage ist, das steht hier aus. Und dann ganz verrückt, ist gestern Nacht einfach mal so passiert. Twitter hat sich kurzerhand zu X gerebrandet und möchte ganz klar und direkt und offensiv in den Finanz- und Bankensektor vorstoßen. Das hat der Twitter-CEO so gesagt, nicht Elon Musk, es ist eine Frau, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und zuletzt ein bisschen negative News. Nasdaq hat sich zurückgezogen aus dem Kryptoverwahrungsgeschäft. Die hatten das ja mal angekündigt, dass sie da auch vorstoßen möchten. Und das hat Bedenken dahingehend geweckt, dass die regulatorischen Hürden eventuell zu groß sind in dieser Branche. Und wir vielleicht sogar Absagen bekommen werden in Sachen ETFs. Und wie gesagt, am Ende die Charts. Aber ich würde sagen, fangen wir erstmal mit den aktuellsten oder wichtigsten News an. Denn dieses Thema hatte so viel Bass, so viel Hype. Das letzte Video ging darum, um das hier eben einfach mal zu recappen. XRP hatte diesen Pump nach dem Gerichtsurteil 100% nach oben gepumpt. 20 Milliarden Anstieg in der Marktkapitalisierung. Jetzt mittlerweile seit dem Peak des Pumps wieder 30% ungefähr korrigiert. Befindet sich aber relativ stabil hier seitwärts, würde ich sagen, zwischen 80 und 70 Cent. Jetzt ist aber die SEC dahergekommen und hat gesagt, sie wollen wahrscheinlich Einspruch gegen Ripple Labs in dem Verfahren einleiten. Denn das steht außer Frage. Es zeigt auf jeden Fall und deutet auf jeden Fall, dass die SEC damit nicht zufrieden ist. Und dass das Thema in Sachen Wertpapier nicht so einfach geklärt ist, weil es ein Präzedenzfall ist. Das verstehen wir nicht. Warum reden alle darüber im Cryptospace? Warum ist das für uns relevant? Warum ist es für mich relevant, wenn ich kein Ripple halte? Ganz einfach erklärt, wenn Ripple hier als Wertpapier und als Verlierer im Endeffekt aus dieser Klage rausgeht, dann ist es ein Präzedenzfall, der so angewendet werden kann auf alle anderen Kryptowährungen. Im Umkehrschluss, wenn Ripple hier mit erhobenem Haupt als Nicht-Wertpapier aus dieser Klage rausgehen kann, ist das positiv für alle Kryptowährungen im Cryptospace, für alle Altcoins. Bitcoin ist davon nicht betroffen. Ethereum vielleicht noch ungefähr, wobei die SEC sehr, sehr oft betont hat, dass Ethereum kein Wertpapier ist. Das heißt, wir müssen das Ganze weiterhin observieren, denn das Urteil ist für den gesamten Markt entscheidend. Wenn ihr da noch mehr Details zu haben wollt, inwiefern das welche Auswirkungen hat, schaut euch das letzte Video an. Da spreche ich viel über dieses Wertpapier-Thema. Ich würde sagen, kommen wir zu den nächsten News. Elon Musk hat es jetzt endlich gemacht. Er hat Twitter einfach mal so in X umgebrandet. Und Twitter ist nicht nur eine Plattform, die sehr, sehr relevant und nützlich ist, wenn man sich informieren möchte in Sachen Kryptowährungen oder News oder was auch immer, einfach in Touch mit der Welt sein möchte, sondern Elon Musk hat große Pläne mit Twitter. Damals im Jahr 2000 hat Elon Musk versucht, Paypal, wo er Mitgründer war, um zu branden in X.com. Da hatte er die Domain schon, aber wurde aus dem Board rausgeschmissen und als CEO von Peter Thiel ersetzt, was wahrscheinlich damals positiv war, denn Paypal ist eine Brand, die man so nicht hätte anfassen, sollen. Wer weiß, vielleicht hatte Elon Musk damals schon sehr, sehr große Ziele, sehr, sehr große Träume. Jetzt macht er das aber mit Twitter. Er hat 44 Milliarden Dollar ausgegeben und kann jetzt auch das Logo ändern. Das steht absolut in seiner Macht. Ich halte das für absolut unangebracht an dieser Stelle. Selbst wenn er unglaublich große Dinge, Zahlungsdienstleister und solche Geschichten damit vorhat, dann sollte er vielleicht erst dann, wenn die Features tatsächlich da sind, das Rebranding vornehmen, weil ein Wort oder beziehungsweise ein Wiedererkennungswert wie Twitters Brand sollte man niemals wegwerfen. 15 Jahre lang aufgebaut. Das Wort tweeten steht im Duden. Jeder verbindet damit das Rausposten von einem kurzen Text. Das hat er jetzt aber einfach so mit den Füßen getreten und er ist sehr, sehr stolz über sein neues Logo. Er ist ein großer Fan davon hier auf den Headquarters in San Francisco. Und der Twitter-CEO, die Frau, die aktuell Twitter leitet, die Elon Musk da reingesetzt hat in diese Position, hat gesagt, es geht darum, einen Neuanfang zu starten, eine neue Impression zu hinterlassen und zwar weiterzugehen. Und hier ganz einfach und simpel gesagt, sie möchte mit X die Zukunft der Interkonnektivität schaffen in Audio, Video, Nachrichten, Zahlungen und Banking. Ein globaler Marktplatz für Ideen, Dienstleistungen, Services und Opportunities, auch powered by AI. Und jetzt ist zusätzlich zu dem Ganzen rausgekommen, dass Twitter Payments LLC, das ist eine Schlüsselentität im potenziellen Twitter-Coin-System, Lizenzen von mehreren US-Bundesstaaten erhalten hat, um Kryptozahlungen abzuwickeln. Das heißt, Elon Musk arbeitet hier wohlmöglich an einem X-Coin, an einem Twitter-Coin, der dann rauskommen soll, der dann X-Coin heißen wird und mit dem man eventuell Leute bezahlen kann auf seiner Plattform, die unglaublich viele Nutzer benutzen. Diesen Coin würde ich persönlich auf jeden Fall kaufen, denn er hat einen klaren Verwendungszweck. Abhängig davon natürlich, wie viele VCs drin sitzen und diese ganzen anderen Geschichten. Tokonomics sind natürlich wichtig, aber wenn das tatsächlich passieren sollte, wenn das ein handelbarer Krypto-Coin sein sollte, basierend auf einer Blockchain, was ich mir vorstellen kann bei Elon Musk, vielleicht forkt er ja Dogecoin und macht seinen eigenen X-Coin draus, dann wäre das Bullish für den gesamten Space. Das heißt, wir schauen uns das weiter im Detail an. Wo wir jetzt aber schon bei Altcoins sind, es gibt so einige Altcoin-Trends. Der Bitcoin hat sich ja nicht wirklich bewegt die letzten 30 Tage. In der Zwischenzeit sind neue Narrativen geboren, neue Altcoin-Narrativen. Ich persönlich habe auch sehr, sehr viel Altcoins getradet. Übrigens, ich benutze zum Traden BitGet, Arbitrum beispielsweise, ein Coin, den ich als sehr, sehr positiv empfinde. Aktuell die Narrative interessant empfinde, auch wie Optimism. Ethereum Layer 2. An dieser Stelle, falls ihr den keinen unterstützen möchtet, meldet euch gerne mit dem Link in der Videobeschreibung bei BitGet an. Er ist global Top 5 vom Volumen her in Sachen Kryptobörsen und hat eine super Interface. Ich benutze die Börse jeden Tag. Ihr könnt größere Altcoins, aber auch kleinere Shitcoins damit kaufen, die nicht mal auf anderen Börsen gelistet sind mit der Megaswap-Funktionalität. Dementsprechend unten 20% sparen. Ich habe auch Tutorials verlinkt, wie ich Altcoins trade und so weiter. Ich habe sowieso noch viel mehr vor in Sachen Altcoins, denn ich habe auf Twitter gesehen, viele interessiert das. Deswegen möchte ich eine Tutorial-Reihe zu Altcoins machen. Meine persönlichen Top 10 Coins für die nächsten paar Jahre nennen und so weiter und so fort. Also das kommt alles. Bleibt da auf jeden Fall gespannt. Jetzt ist aber dieser ominöse neue Coin gelaunched, WorldCoin, mitunter mitgegründet von Sam Altman. Das ist der Gründer von ChatGBT. Der hat mit diesem Coin hier gegründet und gebackt. Und da geht es darum, das was ihr im Video seht, dass die Iris der Person gescannt werden und diese Personen dann damit verifizieren, dass sie ein Mensch sind und einen Anteil in diesem fairen Zahlungssystem bekommen. Alle sollen Einkommen bekommen, KI geschützt durch deine Identität als Mensch. Und da gab es einen riesigen Aufschraub auf Twitter. Wie kann das nur sein? Die Iris wird gescannt. Ich verkaufe doch nicht meine Identität. Da habe ich ein paar lustige Kommentare zu gesehen, wie jeder sich darüber beschwert. Aber alle Menschen ohne Probleme einfach mal mit ihrem iPhone ihr gesamtes Gesicht scannen. Nicht nur das Auge, was auch Apple macht in einem Closed-Source-System, wo man auch nicht weiß, was passiert eigentlich mit den Daten. Wir vertrauen Apple, aber hey, was passiert mit diesen Daten? Da ist die Doppelmoral relativ interessant. Nichtsdestotrotz halte ich nichts von diesem VC-Shitcoin. Denn wie wir erkennen können, Circulating Supply, 100 Millionen WLD, was nur 1% des gesamten Bestandes sind, wo dann Millionen und Millionen von VCs schon investiert sind und die Marktkapitalisierung jetzt schon mit nur 1% in Zirkulation bei 22 Milliarden Dollar ist. Also absolut lächerlich. Haltet die Finger weg davon. Hier zum Vergleich, was mit dem letzten Coin passiert ist, der mit seiner hohen, völlig verwässerten Marktkapitalisierung gelauncht ist. Meine Meinung an dieser Stelle muss jeder für sich selber researchen. Ich schaue da in andere Projekte abitrum. Wie gesagt, Optimism finde ich sehr interessant. Aber dazu dann mehr in meinem Altcoin-Video. Kommen wir nochmal zu ein paar Flash-News an dieser Stelle. Ich habe ja gesagt, Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat angekündigt, Bitcoin zu nutzen, um den US-Dollar zu stützen. Das ist eine riesige Schlagzeile gewesen. Und er hat ein paar andere interessante Statements gedroppt. Übrigens, das ist hier ein Verwandter von John F. Kennedy, dem damaligen US-Präsidenten, der ermordet wurde. Das erste Statement, was er hier gewählt hat, ist, Fiat-Währungen wurden geschaffen, um Kriege zu finanzieren. Stimme ich an dieser Stelle ganz klar zu. Vor allem der US-Dollar. Zweitens, er würde den US-Dollar schrittweise mit Bitcoin decken. Angefangen mit einer sehr, sehr kleinen Summe. Er hat aber auch Gold und Silber erwähnt. Sehr, sehr interessant. Robert F. Kennedy Jr., ob das jetzt hier nur Wahlpropaganda ist, Stimmenfang oder realistisch, das ist hier die Frage. Und drittens, er würde die Umrechnung von Bitcoin und US-Dollar, also den Handel, von der Kapitalertragssteuer befreien. Das heißt, Bitcoin als Währung hier anerkennen. Hier nochmal vorgelesen, das, was er hier exakt gesagt hat, ist, mein Plan wäre, sehr, sehr klein anzufangen. Vielleicht 1% der ausgegebenen T-Bills, Treasury-Bills würden durch harte Währungen wie Gold, Silber, Platin oder Bitcoin gedeckt werden. Oder Bitcoin, nicht nur Bitcoin. An dieser Stelle auf jeden Fall sehr, sehr positive News, die in die richtige Richtung gehen. Denn Robert F. Kennedy Jr. ist auch nicht irgendein Hans-Peter von irgendwo, sondern ein respektabler Präsidentschaftskandidat. Sehr, sehr interessant. Mal sehen, was daraus wird. Das wäre natürlich riesig für den Bitcoin. Als nächstes, Asset-Outflows. Wir hatten diese Woche zum ersten Mal nach vier Wochen positiven Influss in Cryptoassets minimale Outflows in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar. Müssen wir weiter beobachten, ob das negativ ist oder nicht. Wir haben davor erstmal gigantische Influss gehabt, dementsprechend eher neutral an dieser Stelle. Und Tesla hat nicht nur ihre 330 Millionen Dollar Bitcoin nicht verkauft, sondern der Code von Bitcoin als Zahlungsoption scheint sich wieder in der Tesla-Seite zu finden. Er soll wohl nie weg gewesen sein. Auch hier positiv. Kommen wir jetzt aber zu den heißesten News in Sachen ETF. Das ist ja unsere Narrative für den Pump, für die Aufwärtsbewegung. Denn dort hat jetzt die SEC die Prüfung der neuesten Anträge gestartet, offiziell. Ich habe es ja vorhin vorgelesen. Der Prüfungsprozess hat jetzt angefangen formal zu ticken, denn die Anträge sind jetzt im Bundesregister veröffentlicht. Also mal sehen, Gensler, was da passieren wird. Die Deadline, die am relevantesten hier ist, ist der 13. August. Bis dahin hätten wir potenziell noch sehr, sehr viel Luft nach oben zu gleiten in Antizipation des ETF-Antrags. Aber ich glaube und ich denke, das ist der Konsens, dass das verzögert wird. Das wird da einfach nur delayed. Nicht abgelehnt, nicht angenommen, sondern verzögert. Was aber negativ ist und das ist eindeutig negativ, ist, dass Nasdaq, die Tech-Börse, die auch in diesen ganzen ETF-Listings drin steht, selber jetzt von ihrem Crypto-Custody, also Verwahrungs-Service, den sie anbieten und vorbereiten wollen, zurückgetreten ist. Nasdaq sollte die Kryptos nicht verwahren, sondern die ETFs sollen dort gelistet sein. Das ist dahingehend kein Problem. Aber dass Nasdaq selber sagt, hey, wir sind nicht in der Lage, Kryptos zu verwahren oder es ist uns gerade noch zu unsicher oder was auch immer dort passiert ist, ein Anruf vielleicht von der SEC oder von Biden oder wer auch immer da geklopft hat und gesagt hat, hey Jungs, das macht ihr nicht. Das ist und gibt zu bedenken, muss man hier ganz klar einmal erwähnen. Ich würde sagen, kommen wir jetzt aber zu den heißen Daten. Interessant in dieser Woche, bevor wir zu den Charts kommen, Makrodaten, wir haben so einige Makro-Events. Am wichtigsten ist aber FOMC, wir kriegen wahrscheinlich wieder eine Zinserhöhung. Ihr seht, aktuell zu 99,8% geht der Markt von einer Zinserhöhung aus. Jetzt ist die Frage, warum denn? Die Inflationsrate war bei 3% im letzten Monat. Wir sind fast beim Ziel. Ich kann euch ganz klar zeigen und sagen, warum. Weil die FED weiß, dass die Inflation berechnet auf den letzten Monat die geringste bzw. die höchste war und jetzt wahrscheinlich wieder ansteigen wird. Und damit die FED das im Vorhinein schon korrekt managen kann, müssen sie jetzt die Zinsen anheben. Denn nach diesem FOMC-Statement in diesem Meeting, 26. Juli, ist das nächste erst am 20. September. Das heißt, wir werden zwei Monate Inflationsdaten bekommen, die dann erst in dem nächsten FOMC-Meeting behandelt und bearbeitet werden können. Und wenn wir jetzt aktuell da mal reinschauen, dann seht ihr, 83% gehen von einer Pause aus. Ich persönlich glaube, das wird sich ändern. Das wird hier auf eine Erhöhung gehen. Merkt euch diese Worte. Wenn, und das ist das große Wenn, das ist nämlich konditionell, wenn die Inflation hier wieder auf 4% ansteigt in den nächsten zwei Monaten. Und dann im Dezember, dann wird es richtig heiß. Das heißt, wir schauen auf die Inflationsdaten. Die nächsten Inflationsdaten, wenn wir einfach mal scrollen, sehen wir am 10. August und danach geht es ganz lange weiter, 13. September. Das sind die einzig wirklich massiv relevanten Ereignisse aktuell. Natürlich auch die Wirtschaftsdaten sind relevant, wie beispielsweise der GDP, den wir hier bekommen, oder die Unemployment Claims. Aber da ist bisher nicht wirklich was passiert und es kam alles bisher besser raus als erwartet. Dementsprechend achten wir aktuell nicht so sehr darauf. Ich würde sagen, an dieser Stelle schaltet unbedingt Mittwoch beim Livestream ein, 19.30 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal. Ich werde das Ganze Livestream, wir werden uns das Ganze anschauen. Wir werden uns anschauen, was Joe Paul zu sagen hat, denn seine Worte sind sehr, sehr relevant hier. Und würde dann sagen, kommen wir jetzt endlich zu den Charts und zu meinen Trades, zu meiner persönlichen Prognose, wie ich das Ganze hier sehe. Ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, das, was jetzt hier passiert ist, war relativ zu erwarten. Denn wenn wir hier einfach mal in die Charts schauen, dann seht ihr hier einmal im Orderbuch, da haben wir gesehen, seit der Aufwärtsbewegung, hier seit dem 12. und 13. Juli, haben sich die Sell-Orders hier im Orderbuch schon relativ stark verdichtet. Selbst als wir hier durchgebrochen sind, haben wir hier, und das seht ihr hier mittels dieser gelben Box, sehr, sehr starke Sell-Orders in 500 Dollar-Taktungen über dem Bitcoin-Kurs gesehen. Und darunter nicht wirklich viel Support. Im Vergleich zu den Sell-Orders in Menge, in Volumen, nicht wirklich viel Support. Und auch jetzt, beim Runterbrechen, haben wir das Einzige, was sich hier bildet, bei 28.500 Dollar, wo auch der nächstrelevanteste Bereich wäre. Unsere Base, die ich hier als Base gesetzt habe, denn wir haben unsere Bullischen Targets von unserem Long Trade hier oben erfüllt. Hier oben habe ich gesagt, hey, es ist ein schwieriger Bereich, habe ich im letzten Video gesagt, es ist tricky. Wir sind an einer Resistenz, aber der Kontext ist positiv. Es müsste eigentlich was passieren, ist aber nicht passiert. Und das ist dann vielleicht ein bisschen eher sogar negativ zu deuten, inklusive eben, was hier passiert, dass wir diese ganzen Sell-Orders hier über unserem Kopf haben. Wir haben zwar ein bisschen Liquidität hier oben angetappt, sind jetzt aber hier runtergefallen. Und ihr seht schon, auf diesem Chart ist der 3-Monats-Chart. Die nächsten Liquidationen, die in riesigem Ausmaß passieren, wären erst bei 24.000 Dollar. Und ich glaube nicht, dass wir da zwangsläufig jetzt sofort runterflaschen müssen. Zumindest nicht vor ETF-Approval-slash-Denial-slash-Verlängerung. Wie gesagt, 13. August. Bis dahin sollten wir uns eigentlich noch positiv bewegen. Dementsprechend hat mich das auch mehr oder weniger leicht überrascht. Aber wenn wir auf die kleineren Timefacts schauen, dann sehen wir hier Liquidität, die abgegriffen wurde. Market Maker, die wahrscheinlich inzentiviert sind, das Ganze zu versuchen, zumindest in Richtung 27.400 Dollar zu drücken. Wir werden es versuchen, wenn die Möglichkeit dazu besteht, aktuell Sell-Orders, mehr als Buy-Orders. Und das Momentum, das shiftet aktuell negativ. Das könnt ihr ganz klar sehen. Hier seht ihr das Ganze, hier seht ihr das Ganze, hier seht ihr das Ganze. Also jeder Momentum-Indikator, fast jeder außer der hier, shiftet aktuell auf den Tagestimeframe negativ. Und wenn wir einen Blick werfen in die Stablecoin-Entwicklung, auch hier immer noch kein frisches neues Kapital, auch hier immer noch weiter negativ. Ihr könnt euch noch erinnern, dieser kleine Aufwärtstrend hier, wo wir dachten, okay, vielleicht ist das nachhaltig. Nein, war nicht nachhaltig. Und Crypto-Cap als auch Bitcoin-Dominanz ist aktuell beides am Abfallen, was auch nichts Positives ist. Eigentlich sollte eins mal mindestens nach oben, das andere nach unten gehen, weil das Kapital hin und her sich bewegt. Aber so sieht es aus, als würde das Kapital einfach nur rausfließen. In Stables, die dann auch rausfließen, also aus dem Kryptomarkt raus, so deute ich das zumindest. Das kann man natürlich deuten, wie man das deuten möchte. Ich persönlich, und das ist meine Meinung hier ganz klar, ich sehe den Bereich zwischen 29.600, wo wir als erstes drauf gestoßen sind und dann runtergefallen sind, hier das Range Low, und jetzt hier dieser Bereich 28.500 als graue Zwischenzone an. Ich sehe und ich glaube, wir könnten hier auf jeden Fall noch mal tiefer fallen. Das heißt, wir könnten hier noch mal mindestens 3% runterfallen. Ist jetzt keine gigantische Menge, aber wir sollten hier zwischen 28.100 und 28.600 zumindest eine Reaktion sehen. Wenn wir sie früher sehen, eine positive Reaktion nach oben hin, umso besser. Wenn wir drunter fallen, würde ich sagen, sieht es danach aus, als würden wir erst mal hier wieder auf diese 27.200 Dollar runterstoßen. Und dort ist dann, würde ich zumindest behaupten, der Make-or-Break-Point, wo es dann nicht tiefer fallen sollte. Und wenn wir von dort auf 24.000 Dollar runterfallen sollten, dann würde ich sagen, muss dieser Bereich halten. Sonst können wir das positive Momentum in die Tonne kloppen. Und wenn dann auch noch negative News da sind, wie beispielsweise ETF abgelehnt, dann geht es noch mal deutlich tiefer. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Aktuell kann man hier so einiges machen. Man kann hier entweder eine Long- oder eine Short-Position eingehen. Wie man das Ganze eben einschätzt, ist es jedem selbst überlassen. Aktuell sieht es leicht eher negativ aus. Wir waren 30 Tage seitwärts. Jetzt sind wir runtergefallen. Wenn wir hier keine starke Rückgangsbewegung sehen, also nicht direkt wieder hier nach oben oder eben eine Einfindung in diesem Bereich, dann kann ich mir ganz klar vorstellen, dass es erstmal Richtung 28.200 Dollar geht. Dort könnte man, wenn man dann optimistisch ist, in dieser roten Box zwischen 28.600 und 200 einen Long eingehen. Als nächstes, wenn man dort nicht longen möchte, wäre der nächst optimistische Bereich hier 27.300, wenn die Liquidität vollständig getappt ist. Dass man sagt, okay, jetzt kommt ein Reversal, darauf setze ich. Das muss man aber für sich selber entscheiden. Oder man sagt, hey, das ist der Bereich, wir kriegen jetzt vielleicht noch ein kleines Pullback Richtung 29.600 Dollar. Wenn wir dann hier rejected werden, dann gehe ich hier eine Short-Position ein. Auch das macht Sinn, wenn man da eine These verfolgt, eine Narrative mit einem guten Risk-Row-Ratio in Richtung beispielsweise 28.200 Dollar und hier irgendwo sein Stop-Loss setzt in unserer Range und sagt, hey, wir gehen nicht wieder in die Range, wir gehen jetzt runter, kann man hier auch shorten. Also ihr seht, wir haben viele grenzenlose Möglichkeiten. Ich werde meine kurzfristigen Swing-Trades auf Short setzen, sollten wir hier bei 29.600 Dollar abgelehnt werden. Aber aktuell gehe ich davon aus, dass selbst wenn wir hier nochmal tiefer fallen, wir hier nochmal ein Momentum aufbauen können, zumindest vor dem 13. August, weil da kommt das ETF Approval slash Denial slash Delay, dass wir da nochmal eine Aufwärtsbewegung zumindest hier in Richtung 31.400 Dollar sehen, vielleicht sogar 33.000 Dollar. Also ich bin jetzt hier nicht zwangsläufig, nur weil der Chart negativ ist, sehr, sehr negativ gestimmt. Aber wenn es weiter runter geht und wenn wir diesen Bereich hier brechen, dann wird sich wahrscheinlich auch mein Optimismus senken, weil am Ende des Tages die Narrative ist zwar da, aber der Chart führt an und die Narrative folgt. So funktioniert das Game. An dieser Stelle nochmal, wenn ihr euch interessiert, wo ich handele, ich trade auf der Plattform BitCat. Ist Top 5, wie ihr sie sehen könnt, nach Ranking vom meisten Volumen her als Tradingbörse. Kann ich nur jedem empfehlen. Super übersichtlich. Wenn ihr sowieso Kryptowährungen handelt, dann könnt ihr das gerne über BitCat machen und dann unterstützt ihr diesen Kanal hier. Denn ein Teil der Gebühren, die sonst an die Börse fließen würden oder an jede Börse, die ihr auch benutzen würdet, gehen dann an mich. Die Gebühren sind super gering sowieso schon und ihr spart nochmal 20% mit dem Link in der Videobeschreibung. Dann seid ihr bei ungefähr 0,05 oder 0,45% pro Market Order, pro Limit Order sogar nochmal geringer. Und wenn ihr mehr handelt, sind die Gebühren sowieso nochmal geringer. An dieser Stelle unten verlinkt. So unterstützt ihr den Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr sowieso handelt, dass ihr diese Börse benutzt. Und es werden bald sehr, sehr viele Perks an die Leute kommen, die mich hier somit unterstützen. Weil es ist der einzige Weg. Ich möchte keine Werbung schalten. Ich schalte bewusst die Werbung auf den Videos aus, weil ich nicht möchte, dass ihr irgendwelche Produkte zwischendurch seht und euch davon ablenkt, was hier eigentlich relevant ist, was wirklich wichtig ist in diesem Kanal. Auch nicht, dass mein Gesicht da mit irgendwelchen Produkten verbunden wird. Damit verzichte ich auf wahrscheinlich 10, 20, 30.000 Dollar an AdSenseinnahmen im Monat. Aber hey, ich freue mich, solange ihr euch freut. Das Feedback ist sehr, sehr gut in letzter Zeit. Deswegen mache ich einfach so weiter. Falls es euch interessiert, hört euch auch gerne mal den Podcast in der Videobeschreibung an. Hoss und Hopf. Auch auf allen Plattformen. Da geht es nicht nur um die Märkte. Und ja, ansonsten genießt euren Sommer. Schaut nicht zu sehr rein. Ihr müsst nicht jeden Tag die News wissen. Ihr habt gesehen, wie viele News in der letzten Woche passiert sind. Und es ist bis heute nichts im Kurs passiert. Dementsprechend an dieser Stelle genießt euren Sommer. Und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise am Livestream. Der wird nämlich interessant. Das ist ein spannendes Event. Zusammen, gemeinsam am Mittwoch. Lass uns den Livestream anschauen. Das war's. Wir sehen uns dann. Peace.